Hol's dir, Melvin Junior! Hol's dir! Oh Gott, das ist so... Nein! Warum auch? So, Enderman is down. Hol's dir! Wollen wir. So. Böses, Melvin. Eier, es hat nur noch drei Leben. Schleim! Oh mein Gott! Schleim! Geil! Danke, Eik! Wie er ist einfach nur passiert. Komm! Du musst gleich noch mehr herstellen. Und zwar eine Schere und eine Eisenachst. Okay. Vorher brauche ich den Kopf, damit ich weitermachen kann. Oh, 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 oh. Tyros, habt ihr noch einen Kopf? Was? Ja. Bestimmt. Ich hol mir bald Cassie einen Kopf. Ey! Ja, siehst du, wir haben sogar einen Kopf. Warte, ich mach Weitwurf. Was? Was? Liegt vor der Horsttür. Äh, na, da geh ich jetzt nicht hoch. Da draußen ist kalt. Achso, Cassie, Eisenachs und Schere, bitte. Also, Eik, jetzt mach! Liegt oben. Ach, ernsthaft? Ja. Eisenachs und... Und eine Schere. Achso, und Eik, komm mal... Warte, ich muss erstmal ganz kurz was machen. Bleib lieber hier oben. Jetzt brauchst du es noch. Eisenachs und Schere. Nicht so viel. Folgen die mir jetzt alle? Jo. Oh nein. Was ist los bei uns? Hahahaha. Warte, Critical Hit! Biom! Oh, Schleim, Schleim, Schleim! Achso, wenn du Schleimbälle brauchst, haben wir unten auch noch ein paar. Hahahaha. Hahahaha. Los, meine Slimes! Ich seh da noch ganz viele Nenkende dahinten. Hilfe. Eik. Warte mal, ich brauch ein ordentliches Thumbnail. Jetzt. Hab Angst. Na, töte die... Töte die doch einfach. Kannst du doch deine machen. Nein, das macht Spaß. Macht Spaß. Na ja, dann kannst du nicht mehr zum nächsten Planeten kommen, wenn du so viel Spaß mit Schleim hast. Ich krieg die scheiß Hitbox nicht gehittet. Hier. Was? Eik. Oh nein, nein. Hilfe. Oh, da ist eine Seele! Seele, Seele, Seele! Hahahaha. Ach, da ist die Scherbe. Nein, nein! Seele, Seele! Oh, oh! Geil, das hat aber... Das war... Wieso machst du mir eine Pickaxe? Ich brauch eine Axt! Hahahaha. Hahahaha. Ich hab was nicht gleich. Kessi tut mir leid, aber so dumm bin ich nun. Ich mach ich. Dafür bewerf ich dich mit Klaas. Level! Yay! Och, komm schon mal. Tut mir das nicht an. Warte, Kontrolle! Iron Eggs, gut. Hahahaha. Das, das. Das, was falsch ist. Das. 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 Hm. Jo. Jo. Nö. Eik, ich weiß ja, dass du manchmal so ein paar... Ja, meine Sterne, die haben mich so gerne. Ich laufe mit meiner... Mit meinem Döner und... Apropos Döner, hier neben mir liegt ein Dürung. Cassie, ich brauche Fuse Quarz. Und Elektrical Steel. Alter, wie kommst du zum Trotz? Du hast nichts zu sehen, Naik, okay? Hä? Hä? Stopp mal! Hä? Hä? Wieso? Okay. Alles okay, Aik? Äh... Ich wollte dich eigentlich töten, Tyrox. Irgendwie mit dem Slash-Kill-Tyrox. Ach! Okay, warte, Slash... Ich hab das App vergessen! Äh, leg dich doch mal! Ich hab keinen Bock mehr! Die Commands sind total verbuggt! Oh, ähm... Wo hab ich mein... Italium-Schwert nochmal? Nein, nein, nein! Bitte! Ich fahr doch auf die Raketen! Moin, Peace! Ach, geht auch mit dem Poly-Metal-Tool da! Malin! 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 Oh, ich leuchtet! Oh, nein! Oh, nein! Malin! Wo ist denn... Wo ist denn... Das sind von Charlie! Das sieht so dünnig aus aus! Malin! Äh... Nein! Warum bin ich im... Hä? Hä? Malin! Malin! Tyrox, guck mal! Guck mal! Der ist Kampfansage! Der hat ein Schwert in der Hand! Hahahaha! Ich will doch nur leben! Hahahaha! Hahahaha! Was ist das für ein... Hahahaha! 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 Warum mir jetzt eine eigene Siedlung? Viel Spaß! Äh... Warte mal! Einmal zwei Loch reicht ja aus! Lass mich jetzt reden! Oh, Cassie tanzt sich für uns! Ausziehen! 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 Dann sterbe ich! Ne, das Atem, den kannst du anlassen! Ey, wir brauchen so ne neuer Hagel! Alk, wir brauchen ne neuer Hagel! Für... So, äh... Zuhause! Schlafanzug tanzt für uns! Hahahaha! Warte, was ist das Wertvollste? Äh... Der Unterteil von Cassie! Der hält die Klappe! Das ist für mich! Hahahaha! Ja, ich könnte mir dann auch mal Chips, ne? Tyrox? Ja! Warte mal! Ja? Warte, 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 warte! Warte! Ich hab eins Melvin gefangen in unserer Base! Der kommt nicht mehr raus! Das ist so sad! Komm, ich öffne dir schnell das Türchen, dann kannst du rein! Ey, warte, weißt du! Hahahaha! Ne! Komm hier! Scheiße, ihr habt mich gefangen! Alk, ich komm mit mir raus! Hahahaha! Warte, ich komm! Ich will doch nur Raketen bauen! Meine Güte! Nix! Aber, 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 aber warte mal! Was für Raketen baust du? Alk, ich komm nicht mehr! Die, die wir brauchen! Warte mal! Wo ist der Titan dort? Du bist doch drinnen! Ich komm nicht mehr raus! Ich komm nicht mehr raus! Hä? Wir haben doch schon noch nicht für alle Raketen! Hä? Hirox! Oh! Nein! Ach, meine lieben Kinder! Ich wollte irgendwas machen! Das stimmt, dieses dimensional Dings! Wir haben doch bis jetzt... Ja, wir brauchen Gunpowder, ne? Es war aber jetzt doch... Cassie! Ich brauche Electrical Steel! Und Fused Quads! Mach das jetzt! Sonst schimmel dich ab! Tirox, das... Ich dachte, du steigst jetzt in die Rakete und fliegt weg, ne? Dachte ich auch! Cassie, wenn du das machst, ne? Wir brauchen doch noch Raketen, oder? Sicherheitshalber! Cassie, meine Rakete ist größer! Oh Gott! Oh Gott! Tja, du kommst rein! Außerdem ist sie auch nicht geladen Ach hier, äh, warte mal, jetzt, hier Eins, zwei, drei, vier, fünf, genau, wir sind Eins, zwei, drei, vier, also Fünf Raketen und noch Eins, zwei Eineinhalb so ne Patch Wenn die Dings teilen ich ja Look in my booty Oh boy Oh, das nehm ich gerne Äh, da muss ich den Mist halt selber herstellen Ike Da, da, fang Hier, Cassie, ich hab dir doch gesagt, was du herstellen soll Los, fang sie Ey, ich hab dir doch gesagt, da, da, fang sie So, wer hat leere Oxygen-Tanks in die Kiste geschmissen? Und werf sie zurück, los Den muss ich töten Ich hab's nicht mehr Ich hab's nicht mehr Ja, es ist doch Also, lass mal Jetzt mal Ich hab's nicht mehr Ah, hab ich diesen Christ? Hä? Was passiert denn da? Nein, Cassie, du kannst einen Soulbinder craften. Zurecht beschäftigt. Ja, zurecht beschäftigt. Was macht ihr denn da? Wie soll ich das erklären? Das war ihre Idee, nicht meine. Was macht ihr da? Was da? Ich... Die Verkürzung. Das sieht so gut aus. Äh... Okay... Also... Let's play play! Tyrox, das war aber ein Fehler, ihr die Rakete zu geben. Wenn sie flink ist, ist sie weg mit der Rakete. Wie Tyrox. Ich kapier nicht, wie das geht, also keine Sorge. Rein und Space. Ja, hab ich... Hier, Tyrox, die Maschine pumpt schon noch Holz ab, oder? Äh... Weil irgendwie... Geht hier kein Holz raus. Boah, da kann ich mal kurz gucken. Das ist... Ja... Warte mal... Ich guck erstmal. Ich guck hier mal. Ja, mach das, weil ich bin gerade weiter am Ding machen. Oh... Das war schön. Also... Cassie verstopft unsere automatische Sortiermaschine. Ach, natürlich würde er es auch nicht... Hä? Wieso wird denn das hier nicht einsortiert? Was hat denn die Cassie da schon wieder reingeschmissen? Oder war das der Melvin? Was? Ja, es... Ach, ne, das war ich. Gut. Cassie, du bist schuld. Oh, Schei... Ey, jetzt mal ganz ehrlich. Wollen wir den Iron? Hier. Komm. Was suchst du denn? Iron. Hier. Ich muss hier... Wo? Ach, hier. Soll ich euch das hier auch aussortiert? Ähm... Genau. Achso, stimmt. Äh... Achso, Eyck, ich... Ich... Ich brauch nochmal so'n, so... So'n, so'n... So'ne, so'n... So'n, so'n... 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 So'n Energie... Dings Note da, so? Energie Conduit. Genau. Und was noch? Ähm... Aber davon irgendwie... 2, 3, 4, 5... Ich hab' noch 39 Stück. Gib mir mal lieber 12. Willst du mich verarschen? Also Nee Geil Einfach nur geil Zum Ende der Folge Zum Ende der Folge